Menschen mit Borderline erleben häufig, dass sie plötzlich, wie aus heiterem Himmel, nur noch in der Lage sind, ihre liebsten Mitmenschen, ihre Bekannten in absolut guten und absolut bösen Anteilen zu sehen. Plötzlich sehen sie einen Menschen, den sie vielleicht gerade noch ausgewogen in allen ihren Facetten wahrnehmen konnten, auf eine Art und Weise, dass sie die negativen oder neutralen Eigenschaften gar nicht mehr innerlich sehen und sich ins Bewusstsein rufen können. Oder das andere Extrem, sie sehen plötzlich nur noch die schlechten Eigenschaften und fragen sich, hey, ich hatte doch auch mal ein Bewusstsein dafür, dass mein Freund oder meine Bekannte auch neutrale oder gute Eigenschaften hat. Jetzt sehe ich aber nur noch das Schlechte. Wie kann das sein? Man spricht dabei im Zusammenhang mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung von der sogenannten Spaltung.